Servus zusammen, heute wieder mit einem Türchen vom Mascari Adventskalender und zwar mit der Nummer 4. Gestern in der Nummer 3 hatten wir zwei Vorfächer mit 10er Haken und 20 cm Länge, dazu noch jeweils Teigspiralen. Dann schauen wir mal, was wir heute im Türchen Nummer 4 haben. 4 ist hier oben. Zwei Anti-Tenkel Röhrchen sehe ich, kann man immer gebrauchen, also gerade für mich, ich tue gern mit Fotokorb, Angeln, ja, das ist natürlich sehr schön, dass sowas drin ist. Ja, sieht sehr stabil aus. Gucken wir mal rein. Ja, die kleine Variante, aber immerhin. Alles klar, dann Leute, macht's gut, bis morgen.